Ja, wir befinden uns auf der Zielgeraden, haben noch zwei Beiträge für Sie, zwei sehr interessante, wie ich auch finde, und moderner Präsenzunterricht, Herausforderung, Fernunterricht, egal wo, eine Lerngruppe, gemeinsam lernen, Inhalte teilen, Lernplattformen und Kreativwerkzeuge, Bürger, Bildungsträger, Lernende und Lehrende haben heute eine hohe Erwartungshaltung, wenn es um den Einsatz digitaler Methoden für Schule, Hochschule oder die berufliche Aus- und Weiterbildung geht. Anforderungen hinsichtlich flexibler Raumnutzung, häufigen Referentenwechsel, Prozesse für Betrieb, Qualitätssicherung sowie die Bedienung komplexer Technologien selbst stellen den Nutzer oft vor große Herausforderungen. Eine verblüffend einfache Lösung mit SmartPerform zeigen wir Ihnen im nächsten Beitrag. Ich finde es super klasse. Swim ab! Lernende und Lehrende, Eltern, aber auch Bildungsträger, Kommunen und Manager aus Industrie, Wirtschaft und Politik haben hohe Erwartungshaltungen, wenn es um den Einsatz digitaler Methoden in Schulen, Hochschulen oder bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung geht. Speziell bei Wahl und Implementierung der technischen Voraussetzungen gilt, dass die gewählte Lösung den Bestand an Ausstattung und Methoden, aber auch zukünftige Technologien und Verfahren einbinden kann. Nur so ist ein nachhaltiger Auf- und Ausbau der Infrastruktur im Bildungsbereich möglich. Mit der Education App verwandeln Sie jeden Unterricht in ein innovatives Erlebnis. Die Benutzeroberfläche bündelt alle Quellen, Anwendungen und Werkzeuge und erschließt Ihnen moderne, Variable Unterrichtsformen. Mit einem einfachen Tastendruck geht der Unterricht los. Über das übersichtliche Hauptmenü erreichen Sie Inhalte, Präsentations- und Arbeitsfunktionen für Ihren Unterricht. Die App bündelt über das Menü den Zugriff auf alle Medieninhalte, Anwendungsprogramme sowie Präsentations- und Kreativwerkzeuge. Annotationsfunktionen für alle Medienformate verwandeln Ihren Bildschirm spielend einfach in ein digitales, bei Bedarf unendliches Whiteboard. Die Quick Navigation Bar schafft Überblick und Zugriff auf Historie, geöffnete Anwendungen oder Favoriten. Analoge Inhalte über Dokumentenkameras oder Bildschirminhalte mobiler Mediengeräte werden Teil Ihres Unterrichts. Die Übertragung der Inhalte erfolgt dabei per kabelgebundene oder kabellose Standards. Smarte Werkzeuge für die Zusammenarbeit machen Spaß und fördern die Kreativität. Auch das Teilen von Unterrichtsinhalten, Beiträgen oder Hausaufgaben wird spielend einfach. Einige ihrer Schüler können nur remote teilnehmen? Kein Problem. Vielseitige Vernetzungsfunktionen und favorisierte Videokonferenzstandards bringen alle Teilnehmer zusammen und ermöglichen hybriden Unterricht. Verteilen sich Schüler oder Studenten auf mehrere Räume, lassen sich diese auch zu einem Klassenraum vernetzen. Die Zeit ist um, das Thema aber noch nicht abgeschlossen. Speichern Sie bei Bedarf Verlauf und Unterrichtsinhalte mit einem Tastendruck. Genau hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Mindestens ein Bildschirm mit Windows-Raum-PC oder ein Lehrer-Laptop sind die Plattform für Ihre Education-App. Optionale Bestandteile der Anwendung sind je nach Bedarf Lautsprecher, Mikrofon und eine Kamera für Videokonferenz. Die Einzelkomponenten oder fertige Produkt-Bundles sind im Fachhandel erhältlich. Musik 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 Musik